Was ist wichtig, dass man die Verletzung akzeptiert, dass man die Situation akzeptiert, wie sie ist und dann einfach versucht, es als Chance zu sehen, dass man auch mal Zeit hat für andere Dinge. Man ist normalerweise im Saisonalltag sehr eingebunden und sehr eingespannt und deswegen ist es schon etwas, was ich gerade auch ein bisschen genieße, dass man einfach ein bisschen selbstbestimmt ist und einfach selbstbestimmen kann, was man am Wochenende macht und einfach mehr Zeit für Familie hat, für Freunde, das sonst immer zu kurz kommt.